Hallo Mitspieler, mein Name ist Dallowright und ich begrüße euch zur 59. Episode dieses Empyrean Galactic Survival Let's Plays. Ja, ich bin hier auf meinem Schiff, der Wanne. Ich habe meine beiden kleineren Schiffe, den Floh und den Transporter auch dabei und ich gucke mir die Galaxie an. Denn ich spiele ja hier auf meinem Server mit vielen anderen Leuten. Insgesamt sind wir 79 Leute hier in der Fraktion. Wir spielen ja alle zusammen, wir spielen ja miteinander. Ja, und ich will mir halt die Sachen angucken, die ihr so gebaut habt. Ich habe mittlerweile schon ein ganzes System geschafft und zwar umgekunden, hier wo ich gerade bin. Und ich dachte mir, ich mache einfach weiter und ziehe hier so meine Linie und versuche mal so ein bisschen mir zu erarbeiten mit der Zeit, wie groß doch eigentlich unsere Galaxie ist. Ja, das heißt, nächste Station Arendtia. Ziel ist erfasst. Ein bisschen früh, aber wir sind ja noch unten. Wir müssen erst mal hoch. Ja, dann rauf auf den Bock. Wir gucken noch gerne von außen. Drohnen. Ja, das sind zwei, drei Tage her. Da könnte was drin sein. Moment. Ich fange ja gerade an zu drehen. Habe ich ganze Zeit hier im Schiff aufgehalten? Ich habe hier Bewegungsmelder reingebaut. Kleinigkeit, mehr oder weniger. Ja, hier unten kommt auch noch ein Bewegungsmelder drin. Hier, der Kern kommt hier noch raus. Der verschwindet noch. Und ich fall hier runter. Gier. Die pure Gier. So, was haben wir denn? Neodym. Kommt so selten einer vorbei. Okay. Und komme ich da jetzt hoch? Ach du grüne Leute. Äh. Na, ich komme zumindest so weit hoch, dass ich die Bretter machen kann. Und da komme ich rauf. Sollte gehen. Hat Wert ja noch. An und aus. Ja, dann können wir jetzt tatsachen losfliegen. Oh, ich könnte das Neodym noch in die Kiste packen und bla bla bla. Und so weiter und so fort. So, schön viele Sachen hier sehen. Auch schöne große Schiffe dabei. Stationen. Die Bases waren zum Teil ein bisschen kleiner. Auch die Bases hier rund um Omikron haben mir gut gefallen. Ja. Ja, gespannt, was ihr sonst noch alles mir so hingestellt habt. Und draußen sind wir. Ja. Dann rumpel ich mal aus und wir nehmen uns mal die Map. Zwar Renz ja hat nur gesagt, Ziel ist noch erfasst. Das heißt, ihr könntet sehen. Ziel. Renz ja. Ne, ich sehe auch keinen Marker. Keine Markierung. Irgendwas. Bordcomputer. Was ist da los? Ziel erfassen nochmal. Keiner Renz ja. Pass auf, dann springst du mal da hin. Oder nee, haben wir hier den hier, ne? Den müssen wir machen. Hat dann jetzt, jetzt hat dann. So, Herr Kapitän. Dann mal beschleunigen und K drücken. Oh, das sieht ja auch schön aus. Oh ja. Schöne Beleichtung. So, der ideale Piratensektor. Also, knallrot hier. So, was sagt denn die Map? Wir haben ja ein großes Schiff vom Streiter. Okay. Ob das meine Anlage. UGH Gunboat. Ja, und da sind es ja. Na, gucken wir nochmal. Ob wir hier ein Schiff finden können. Machen wir lieber mal die Zahlen wieder an. Oh, da oben. Rot. Migotsu Chipyard. Okay. Der war nicht im End. Äh, ja. Wo? Müsste eigentlich schon längst zu sehen sein. Oder nicht? Ja, wie gesagt, ich finde da oben rechts an der Ecke diesen Kompass. Echt nicht hilfreich. Dadurch, dass man keine Höhenangaben hat. Ich meine, man kommt schon irgendwie hin. Aber Navigation sollte da eigentlich in diesem Zeitalter anders aussehen. Nähern wir uns da oben irgendwas? Fliegt da jemand weg vor uns? Hm, da ist irgendwas. Wobei das? Theoretischer Klasse. Kannst du hier so ein Schiff sehen? Äh? Also... Schöner als Theoret. Aber ein Schiff kann ich hier nicht sehen. Und irgendwie da oben der Kompass, da ist doch irgendwie komisch, oder? Da, da ist was. Was ist da mit? Irgendwann hat sich da noch die Strider versteckt. Ja, und auch ein Schiff aus dem Workshop-Katalog. Das kennen wir gut. Also fliegen wir weiter. Die ganze Suche. Aber siehst mal selber, Strider. Was für ein Aufwand ist, das Schiff zu finden. War doch alles in allem nicht schlecht versteckt. Aber nicht gut genug. Ja, auf nach Arendtia. So, was machen wir? Fliegen wir mit dem Pott runter? Nee, müssen wir eigentlich doch gar nicht. Können doch eigentlich... Den Kahn hier stehen. Sagen wir mal auf 1000 Meter. Ja, Staubbremse. Bisschen noch, okay. Dann, ja, erhält er die Position. Irgendwas ausmachen. Eigentlich... Nicht. Machen wir zu. Was ist jetzt eigentlich auch hier heizt? Ja, du hast das nicht mehr heizt. Wax angelassen habe. Ansonsten wird arschkalt. Wo war denn hier der Klumpen? In eine andere Richtung. So. Ja, bin ich mal gespannt. Ich habe keinerlei... Idee oder Ahnung, was mich hier erwartet. Eine Station, fünf Stationen, keine Station. Was ist denn runter? Da drüben scheint irgendwas... Drei POIs nehmen wir an. Das sieht ja auch... Interessant aus, zumindest. Ähm, schießt es? Na, da bewegt sich was. Ich meine, ich habe hier Raketen, aber ich bin im Frieden hier. So, was haben wir hier? Im Norden direkt. Striders Sanctuary. Und wir gucken auf Lost Alien Sepulchre. Oder Sepulchre. Keine Ahnung. Haufen POIs. Ja, ansonsten Strider, wir haben so eine Linie hier. Okay. Ja. Dann in Richtung Norden. Das ist... Rechtsrum. Hier unten, der Karton, da ist der schon. Okay. So, mal ein bisschen langsamer. Du hast hier Prometrium hinter der Tür. Warum kannst du denn so nah an der Ressource dran bauen? Ich konnte das nicht. Ich hatte da Stress. Aber... Drohnenhölk und ich burzeln. Ist da unter oder? Schreibe ich an. Etwa. So, wo hast du denn jemanden eingegangen? Ups. Das muss ich mal inspizieren. Wir drücken mal P. Und hier scheint es auch irgendwie in eine Hinrichtung zu geben. Wenn auch nicht viel. Na, wo hast denn du hier mal eine Tür? Ha. Drohne habe ich geschossen. Hier war... Äh, ich bin noch rumgeflogen mit dem Ding. Hier war doch keine Tür dran an dem Ding. Man, gut. Er kann ja auch jedes Mal kommen und sich einfach einen Block rausschießen und drinnen gehen. Vorzugsweise hier an der Stelle vielleicht. Ja, soviel dazu. Dann ist das hier die Basis vom Strider auf Arendtia. Na, kloppe geht Drohnen sammeln. Ich weiß, was da drin ist. So, Tür zu. Drei kaputte Plasma und Drohnen. Na, jetzt sind ja wusste ich hier Einzelteile, oder? PV-Petrol-Medium? What? Von denen hier. 290 Meter. Man könnte ja auch sich mal ein bisschen bestücken. Wer weiß, was hier sonst noch so kommt. Ey. Nimm ich's mit. Gute Ding hier. 290 weiterhin stabil. Ja. Kleinteile. Ne. Na, sag mal. Okay, haben wir das? Dann will ich's doch aber wenigstens noch mal gesehen haben. Was? Unterirdisch? Golem? Also irgendwas stimmt hier nicht. Sehen wir doch deutlich, oder? Wie wird das denn los hier? Achso. Schütze einstellen. Oh, juckt ein bisschen am Rücken. Oh, dann legt er sich kurz hin. Was hast du? Ja, komm. Kleine Kasse. Nehmen wir doch einfach mit. Ja, dann haben wir uns auch ein bisschen was hier vom Planeten mitgebracht. Dann war das nicht ganz umsonst. Ja, ansonsten. Ja, ist ja hier eine Sprüche und nicht weiter gucken. Dann. Ja, geben wir Gas. Also das hier mit dem Wessel unter der Erde habe ich mir, naja, so gesehen notiert. Da würde ich mal mit den Administratoren hier reden, was da los ist. Das scheint falsche Spawn zu sein. So ist da irgendein Fehler und das hat noch keiner gemerkt. Komfort. Ja, dann können wir unsere Reise rund um die Galaxie ja gleich fortsetzen. Hätte ich gar nicht gedacht. Geht ja schnell. Wenn ich jetzt wieder nach Hause finde, zu meinem Schiff. Na, der Floh wird dann gezwängt. Der Krieg ist nicht abgestellt. Irgendwie. Ich meine, es ist ja so jetzt für mich als Orientierung, ist das ja prächtig. Aber generell, wenn ich die Wanne selber fliege, ist das ja sehr nervig, dass der Name dauernd da steht. So, Kilometer. Oh, und wir hatten uns nicht ausgerichtet? Ne, ja, nicht. Was ist denn da los? Ohne alle selber machen. Das ist man ja nicht mehr gewohnt. Äh. Rein aus der Gewohnheit her diesen Knopf zum automatischen Ausrichten eben gedrückt. Und der bringt mich ja nun völlig in eine falsche Lage. Also da unbedingt dran denken, dann macht er beim Andocken viel das leichter. So. Wir stellen uns ein bisschen unter. Tütüt. Dann bitte mal den Map. Achso, wir haben ja, welches hatten wir denn hier gesehen? Das UGH Gunboat fehlt noch. Okay, kann man das hier irgendwie? Ja, Wegpunkt. Machen wir doch mal so. Sollte dann leichter gehen. So, ist alle dran. Und das soll irgendwo da hinten sein. Verbrennen wir noch ein bisschen Energie. Was verbrauchen wir eigentlich? Wir verbrauchen 24%. Okay, dann kann ich ja praktisch einen Generator rausnehmen. Sollte man das machen. Ich meine, ist es besser mit einem Generator sozusagen zu fliegen, der denn auf 80% oder so läuft? Ist es effizienter eigentlich schon, ne? Wenn man es so sieht. Das ist eine Habeck-Bede schon gebaut. Bede abreißen, Bede wegschmeißen. Wo ist da die Effizienz denn? Wie viele Milliarden Meilen und Kilometer müsste ich hier fliegen, um das wieder zu amortisieren? Kann das mal bitte einer ausrechnen? So, weit abgelegen. Das UGH Gunboat. Scheint auch nicht nach Nischt ausgerichtet irgendwie. Ja, und da würde ich dann auf jeden Fall ein bisschen Abstand halten. Damit es hier mit diesen Schwerkraftgeneratoren, dass die sich nicht irgendwie gegenseitig in die Haare kriegen, hat man auch schon mal. Gut, dann werde ich mit dem Schiff übersetzen. Dann haben wir hier so Sicherheitsabstand, sagen wir mal 300 Meter. So, fertig. Ja, und dann Transporter, ne? Das sah da hier räumig aus. Das sah so aus, als wenn da Platz wäre und ich mit meiner Zigarre irgendwo runterkommen könnte. Okay, schwarzes Ungetüm. Hat irgendwas Insektenartiert, finde ich irgendwie. Was ist das jetzt? Ist das vorn oder ist das hinten? Ne, ist Hangar. Hangar also hinten. Rein vom Gefühl her. Ja, sondern du bist natürlich jetzt auch nicht gerade am helfen. Äh, ist das hier vorn? Die dicke Seite? Ne, hier sind nur Düsen. Okay, dann ist da vorne ne dicke Klappe. Kann man aber auch machen. Das scheint irgendwie im Moment so rum zu sein, ne, Schiff. Nur Kanonen hier, weißt du denn, bitte. So. Gucken wir doch mal, ob da noch ein bisschen Platz ist. Äh, glaube ich hätte mit, wenn da mit dem Floh kommen sollen, das sieht eng aus. Ich meine, gut, das reicht ja schon. Wir können hier auf der Lippe stehen, im Grunde genommen. Oh, siehst du? No. Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen. Erlaubnis selber erteilt. Ja, klicke mal hier. So ne Vorschräge noch vor der Rampe. Okay, auch selten gesehen. Oh, das fällt dann vielleicht auch nicht so oft auf. Oh, Licht. Was haben wir da? Release. Hangar, Dorr und Ramp. Nee, bitte mal kurz nicht. Sonst Köpfe sind meine Teile hier. Äh, Apparaturstation, Kisten, Kisten, Kisten. Ah, die nehmen, texturiert. Wie sieht's dann aus hier? Gucken wir doch mal gleich, bevor wir was vergessen. Urheber Netty Ultra. Scheint mit anderen Worten aus dem Workshop zu sein. Sieht doch mal höllisch aus oder so. Fühlt mir gut. Und was steht hier in der Mitte? Auch irgendein Ding ins Kirchen. Mit einem Haufen Düsen. Ja. Och, wuchtig bullig. Nice. Gehen wir mal hier ran. Von wem könntest du sein? Püsten. Peisten. Irgendwie was in der Art und Weise. Also, wenn ihr danach sucht, die Namen mal im Workshop eingeben, könnte da schon hinzut helfen. Oh, Jetpack aus. Wir möchten weiter gucken. Ja, das machen wir in der nächsten Episode. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbeizappt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Einen Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.